Dativ oder Akkusativ? Setzen wir ein. Passt Ihnen der Termin? Ich kann Sie gut hören. Ich schreibe Ihnen morgen eine E-Mail. Die Chefin ruft Sie morgen an. Ich umarme Sie. Kann ich Ihnen etwas nachschenken? Wie geht es Ihnen? Und noch einmal. Passt Ihnen der Termin? Ich kann Sie gut hören. Ich schreibe Ihnen morgen eine E-Mail. Die Chefin ruft Sie morgen an. Ich umarme Sie. Kann ich Ihnen etwas nachschenken? Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, das Video hat Euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.